hier haben wir die nächste war eine auktionsfische zweimal kuchaco einmal benikikukurio und einmal ein goschke den goschke tun wir jetzt noch vermessen der hat so 65 cm geschätzt kuchaco der ist schon drin in der auktion der auch sind sehr schöne kuchaco von kawaii und das ist der benikikukurio ein seltener sehr schöner fisch hat ein ganz tolles farbmuster aber wie gesagt das ist geschmackssache mir gefällt er sehr gut ich habe gesagt den goschke da messen wir jetzt noch der ist graut der stellt sich noch rum in die wange und fisch fällt nix das da oben angepollert also das zwei monate ist das wieder rot das sieht man dann nicht mehr schenkst und z w w w w w w w w w Vielen Dank.